Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal und weil das letzte Video von Epic Designfeld so gut angekommen ist, habe ich gedacht, schau wir gleich nochmal in ein zweites Video hinein. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Danke für den Fall, dass das letzte Video so gut angekommen ist. Schreibe euch auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr mich wollt sehen und wir fangen an. Ok, pardon. Ah, aha, ja, da, wo kommt man da aus, auf dem Herdorand aus? Ja, da sage ich wieder mal nichts dazu. Wie ist das? Oh, das ist wirklich ein Nasen. Loh. Häää? Das ist Plakat. Okay, das ist echt creepy. Also das haben wir in der letzten Episode schon gehabt. Also überlegt die, die das machen. Das haben wir in der letzten Episode schon gehabt. Was läuft da? Perfekt. Ja, Mom. Ja. Okay. Okay. Ja, voll. Aber das ist so oft einfach auf der Seite der Strasse anzeigen. Das heisst, dass wir so nicht auf die Seite schauen. Okay. Ja. Ja, jetzt war's. Das ist für eine Räcke. 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 Perfekt. Jawohl, ich kann den Dings, Dings, Dranland und einfach stand direkt da, perfekt. Oh, ich kann den Dings. Ouff Ja, da kann man machen, dass der Schall zurück in die Box hineingeht. Das alles, wenn ich das sage, schön zurückgebrochen, der Gott. Nein, nein, schau dir das an, wieso? Jawohl, das kann man einfach hier unten machen. Ja, okay. Okay, das ist cringe. Hm, da ragt mir das Fehlin, klasse, goll. Jetzt sind es halt fertig. Ach, nein, ich habe einfach so viele Dinge geblieben. Aber das geht doch gut durch, also das geht gut durch. Ah, wieso ist das Dorf? Jawohl, also... Ja... Ah, okay... Ja... Das ist der eine Clip zu viel gewesen. Das soll es gewesen sein mit dem Video. Wir haben es auch nicht ganz fertig geschaut. Schaut jetzt auf jeden Fall selber noch fertig. Ich werde euch den Kanal vielleicht unten in der Videobeschreibung verlinken. Vergesst in dem Fall nicht abonnieren, liken, Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielleicht streue ich mich auch mal wieder mal. Ja, das soll es gewesen sein. Bis jetzt, ciao zusammen! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.